Willkommen zu Spongebob-Fehler! Ja Freunde, heute gibt es mal wieder Fehler in Spongebobble! Und ohne großartig viel zu erzählen, abonniert den Kanal und dann fucking go! Kennt ihr die Episode, wo Thaddeus obdachlos wird? Äh, ein bisschen klein gelten! Weil er in der Kossenkrabbe kündigt und dann muss er halt so zu Spongebob und er lebt halt dort und der knechtet Spongebob richtig und der verkleidet sich hier sogar als Markt. Eine wirklich legendäre Meme-Episode, die ist wirklich, die sollte auch jeder kennen. Auf jeden Fall gibt es hier auch einige knackige Fehler, die ich für euch gefunden habe. Und zwar hier in der Szene direkt da, wo Thaddeus hier bei Spongebob rumgeiert und Spongebob dann so reinkommt als Markt. Der hat ja hier so einen Drink in der Hand und der Strohhalm, welche Farbe ist das? Na? Es ist nicht blau, es ist rot! Und dann beschwert sich Thaddeus und sagt, hey, da drin sind drei Kernen der Zitrone. Und dann kommt eine Nahaufnahme und welche Farbe hat der Strohhalm hier? Er ist white! Das ist ganz bestimmt nicht mehr rot! Und direkt danach ist er auch wieder rot! Tja, typisch! Danach brüllt Spongebob Thaddeus an, weil er die Nase voll hat und er sich endlich einen Job zulegen soll. Und achtet hier mal auf diese Hornuhr da. Da steht entweder 11.40 Uhr oder das ist 20 Uhr, also 8 Uhr. Aber Leute, direkt danach sagt Thaddeus, hey, 16 Uhr, Zeit für meine Serie. Aber Leute, wir wissen doch ganz genau, dass diese Uhr hier gerade eine andere Uhrzeit angezeigt hat. Definitiv nicht 16 Uhr! Das ergibt also keinen Sinn. Am Ende der Episode geben sich Thaddeus und Mr. Krabs dann so die Hand, weil die sich wieder vertragen. Und man sieht hier, dass Thaddeus in dem Boot steht. Also in dieser Kasse-Dings da. Und hier, wo die sich die Hand geben, steht er auf einmal nicht mehr im Boot. Aber Leute, das Fenster da ist immer noch zu sehen. Das bedeutet, das Boot müsste dort eigentlich stehen. Wo ist dieses verdammte Boot hin? Kommen wir zur nächsten Episode und die nennt sich Krabbyland. Nämlich die Episode, wo Mr. Krabs diese ganzen Kinder hier, die Sommerferien haben, so abzocken möchte. Aber am Anfang der Episode startet erstmal Spongebob hier gemütlich in den Tag. Und der sieht dann hier so einen Kalender. Der ist weiß. Aber, wenn man hier dann genau drauf schaut, nicht mehr. Die haben da einfach Animationskosten gespart. Ist also bewusst gemacht worden. Also ist das nur so ein klitzekleiner Fehler. Aber ich wollte es halt reinpacken. Hier beobachten dann Mr. Krabs und Sponji so kleine Kinder. Das klingt ein bisschen falsch. Aber die wollen denen halt nur Krabbenburger verkaufen. Keine Sorge. Und hier sieht man dann in der Mitte so einen extrem besonderen Fisch. Aber hier außen, also in der Aufnahme außen, fehlt der einfach. Wo ist dieser besondere Fisch hin? Ich fand den cool. Ich will den sehen. Und eigentlich war es das auch schon in dieser Folge mit Fehlern. Also mir ist keiner mehr aufgefallen. Bis auf hier am Ende. Denn Thaddeus hat ja immer so Falten auf der Stirn. Aber die fehlen hier ganz kurz am Ende. Die waren halt hier noch zu sehen. Und dann sind die auf einmal weg. Kommen wir zu einer neuen Episode, Leute. Und zwar die Episode, wo Sponji und Patrick draußen campen möchten. Thaddeus freut sich, aber dann bemerkt er, dass die nur vor dem Haus campen. Achtet hier mal auf Thaddeus, Freunde. Der schaut ja hier so in dieses Zelt rein. Seine Arme sind ganz klar außerhalb des Zelts. Seine Hände aber nicht. Allerdings von der Außenaufnahme sieht man, dass seine kompletten Arme drin sind. Hier in der Innenaufnahme sah man, dass nur seine Hände drin sind und seine Arme nicht. Na na na. Mir fällt sowas natürlich auf. Ich bin ja ein Falkenauge. Außerdem ist in dieser Episode Feuer unter Wasser. Aber diesen Fehler hatten wir jetzt schon tausendmal. Deswegen packe ich den jetzt nicht mit rein. Ich habe es jetzt aber trotzdem mit reingepackt. Irgendwie, oder? Am Ende der Episode wird ja Thaddeus dann auch von einem Seebären verprügelt. Und danach kommt so ein Serinozeros, was noch viel schlimmer ist als ein Seebär. Und achtet hiermit mal auf diese Blubberblasen. Denn irgendwie sind die komisch animiert. Und mitten in der Luft bleiben dann auch so Blubberblasen einfach stehen. Hä? Aber die Folge geht halt noch weiter. Okay, es ist nicht in der Luft. Es ist ja eher unter Wasser. Okay, und das war es auch in dieser Episode. Kommen wir zu einer anderen Episode. Und zwar in der Episode, wo Spongebob seine Identität verliert. Also, er vergisst oder verliert sein Namensschild. Am Anfang der Episode sieht man so ein Diner. Und dann sieht man hier so einen Fisch, der so ein Kreuzworträtsel löst. Und dann auf einmal sieht man Spongebob. Aber hier aus dieser Außenaufnahme, schaut mal nach rechts, Leute. Die kompletten Sitze sind leer. Da sitzt kein Spongebob oder so. Und außerdem fehlt auch hier das Kreuzworträtsel von dem Typen. Ja. Danach sieht man, dass Spongebob hier zu allen spricht. Und achtet hier mal auf diesen... Was ist das eigentlich? Ein Salzstreuer oder so? Oder nee, ich glaube, das ist das Ding, wo die Servietten rauskommen. Auf jeden Fall, das ist hier noch zu sehen. Dann geht das Spongebob entlang. Und das Ding ist einfach verschwunden. Hä? Danach sieht man, wie Spongebob hier Gary füttern möchte. Und der hält so Schneckenfutter in der Hand. Und man sieht, dass dort nur eine Schnecke drauf ist. In der Nahaufnahme aber ist da auf einmal so ein Schriftzug. Der war davor aber nicht zu sehen. Wo kommt der also her? Da haben die wieder Animationskosten gespart. Und danach möchte er sich anziehen. Und hat dann auf einmal eine Uhr. Auf der linken Hand, oder? Auf der rechten Hand. Aber diese Uhr verschwindet dann einfach. Warum? Why? Und hier redet Spongebob mit Patrick. Und was fehlt zwischen den beiden Häusern? Richtig. Das Haus von Thaddeus. Die Osterinsel. Wo ist die? Hä? Warum? Fehlt denn die jetzt auf einmal? Jetzt kommt mal wieder etwas richtig Ekliges. Denn Spongebob möchte seinen Tag rekonstruieren. Und trifft sich dann mit Patrick. Und die wollen dann sein Namensschild suchen. Und gehen dann in den Mülleimer. Und Patrick, was macht Patrick da? What the f... What a snap. Auf jeden Fall, achtet mal hier im Mülleimer. Oben links die Ecke. Da ist so ein Stück Knochen. Hier in dieser Aufnahme aber ist das... Sieht das ganz anders aus. Also entweder ist das ein neuer Mülleimer. Der ist auch viel größer auf einmal. Aber... Was mache ich hier eigentlich? Das ist eine Kinderserie. Das ist natürlich, dass das unlogisch ist. Auf jeden Fall suchen die hier drinne dann das Namensschild. Und jetzt kommt wieder der Fehler mit der Uhr. Die taucht wieder auf einmal auf. Und ist danach auch wieder direkt weg. Ich möchte auch so eine Uhr. Die einfach auftaucht. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, verschwindet die einfach. Wow. Puhuhuhu. Ja, Freunde. Das war's mit dem Video. Gebt einen Daumen nach oben. Sonst kommt Patrick und spuckt euch mit Müll an. Glaubt mir. Das wollt ihr nicht haben. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Freunde. Es kommen nämlich jetzt regelmäßig coole neue Videos. Und bis zum nächsten Video. Peace.